Untertitelung des ZDF für funk, 2017 D5 haben wir auf Sender geschnappt, nettes Vorstrafenregister Drax, alias der Destroyer Seit seine Frau und Familie umgebracht wurden, verwüstet er die ganze Galaxis auf der Suche nach Vergeltung Gamora, Soldatin, Killerin, gesucht wegen unzähliger Morde Rocket, gesucht wegen Raumschiffdiebstahls und Gefängnisausbruchs in über 50 Fällen Was zum Teufel? Groot, seit kurzem unterwegs als Rockets persönliche Zimmerpflanze mit Fäusten Peter Jason Quill Wird auch Star-Lord genannt Von wem denn? Von sich selbst Gesucht vor allem wegen einfacher Körperverletzung, Trinken in der Öffentlichkeit und Betrugs Oh, tut mir leid Ich, ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert Hey, hey, hey Das sind meine Du verdammt Hey Nimm die Kopfhörer runter Na los Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy Was für ein Haufen Arschlöcher Haufen Arschlöcher Untertitelung des ZDF, 2020